Total verliebt. Jana Ina und Giovanni Zarela sind seit 2005 verheiratet und ein Herz und eine Seele. Nun kommt eines ihrer Ehegeheimnisse ans Licht. Giovanni Zarela Jana Ina. Sie gehen gemeinsam durch dick und dünn. Sie kann sich glücklich schätzen. Er liebt sie so, wie sie ist. Und auch Jana Ina liebt ihren Giovanni mit all seinen kleinen Macken. Seit 19 Jahren sind der Entertainer und die Moderatorin ein Paar und haben schon so manche Krise im Leben gemeistert. Jana Ina verriet in einem RTL 2 Interview, dass eines der Geheimnisse ihrer langjährigen Ehe sei. Dass sie sich als gleichberechtigtes Team sehen. Wir sind unsere größten Fans, aber auch unsere größten Kritiker. Das ist das A und O in unserer Beziehung. Dass wir uns Respekt geben und dass wir uns Freiraum geben. Damit der andere sich entfaltet auch als Mensch, was ganz wichtig ist. Giovanni Zarela Jana Ina. Böser Streit? Fehlanzeige. Einen handfesten Streit mit endlosen Wortgefechten gibt es zwischen der Brasilianerin und dem Italo-Schwaben auch nicht. Schmunzelnd plaudert Jana Ina im Express-Interview aus. Ich gehe mal mit dem Hund raus, und Giovanni geht einen Espresso trinken. Und schnell sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und es gibt noch ein ganz besonderes Eherezept bei dem Promi-Paar. Der gemeinsame Humor. Denn Lachen wird bei den Zarejas groß geschrieben. Jana Ina hat einen witzigen Clip bei Instagram hochgeladen, wo Ehemann Giovanni und Schwager Stefano ihr italienische Wörter vorsprechen und sie diese nachsprechen soll. Sie sagt dann Bruschetta statt Bruschetta und Expresso, statt Espresso, ein Beweis, dass der Humor eines ihrer Ehegeheimnisse ist. Das ist ein Beweis.